Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren C-Sharp-Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. Wir beschäftigen uns heute mit dem Ausdruck Break. Das bedeutet, in der letzten Folge, also im letzten Tutorial-Video, hatten wir uns mit dem Continue beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Break. Ich würde einfach mal vorschlagen, ohne großes Gerede legen wir gleich mal richtig los. Das erste, was wir machen, ist eine Vorschleife erstellen. Die Vorschleife habe ich in einigen vorherigen Videos bereits erklärt, also was das genau ist, wie die funktioniert. Wenn ihr euch nicht mehr ganz so sicher seid, dann könnt ihr sie euch ja nochmal angucken. Aber ich denke, also die Vorschleife, wenn ihr die einmal gemacht habt und verstanden habt, wie die funktioniert, dann sollte es auch kein Problem sein, die anwenden zu können. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das ja in die Kommentare hämmern. Könnt ihr auch hier über die Vorschleife was fragen. Ich würde das dann einfach beantworten, auch unter diesem Video. Ja, was wir jetzt machen, ist folgendes. Also, ich möchte euch den Begriff Break erklären und das kann ich euch am besten zeigen, indem ich eine Vorschleife programmiere, die bis 1000 zählt. Und was ich jetzt machen möchte, ist folgendes. Ich möchte zum Beispiel, dass bei der Zahl 555, möchte ich, dass die Vorschleife aufhört zu zählen. Das kann man natürlich wie folgt machen. Wir erstellen erstmal eine Vorschleife, dann machen wir eine IF-Abfrage. Und in dieser F-Abfrage sagen wir ja, wenn die Zahl I gleich 555 ist, dann verlasse die komplette Schleife. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Continue und dem Break. Ganz, ganz wichtig. Kommt auch relativ häufig vor. In Switch-Case-Anweisungen zum Beispiel ist das Break eigentlich Standard. Hier können wir mal das I eintragen. So. In Switch-Case-Anweisungen ist das in der Regel Standard. Und ja, wo dann nochmal überlegen. Also eigentlich, Break wird überall benutzt, wo eben die Schleife komplett verlassen werden soll. Also den Code, den ich hier habe, den lasse ich jetzt einfach mal laufen. Und dann könnt ihr mal gucken, was passiert. Und siehe da, er zählt hier runter bis 554. Wenn er auf 555 ist, dann soll er das Break quasi benutzen. Und dann wird natürlich auch dieser Ausdruck nicht mehr ausgeführt. Deswegen geht es eben nur bis 554. Also, nochmal ganz einfach erklärt. Wir haben hier eine F-Schleife. In dieser F-Schleife führen wir eine If-Anweisung aus und sagen, die F-Schleife soll eigentlich bis 1000 zählen. Aber wenn der Wert 555 ist, also wenn die F-Schleife 555 erreicht hat, indem wir halt diese Variable i in diesem Fall überprüfen, ob sie 555 ist. Sie wird ja in jedem Schleifendurchlauf einmal hochgezählt um 1. Dann soll das Break erfolgen. Und das Break, wie ich eben schon zweimal sagte, ist dazu da, dass diese komplette Schleife verlassen wird. Das heißt, ihr verlasst nicht nur diesen einzelnen Schleifendurchlauf, also ihr lasst quasi nicht die 555 aus und macht bei 556 weiter, sondern wirklich die ganze F-Schleife wird verlassen. Das ist der Sinn von Break. Break macht wirklich so einen radikalen Schlussstrich, sagt, okay, hier wird die Schleife komplett abgebrochen, nicht der Schleifendurchlauf. Das ist eigentlich alles. Und unser Console-Write-Line in diesem Fall bestätigt uns das, denn wenn wir bei 555 sind und dort angekommen sind, dann ist es eben so, dass das nicht mehr ausgegeben wird. Und da sich das Console-Write-Line in Klammern i in der Schleife befindet, das könnt ihr hier an den Klammern sehen, die eine Klammer ist hier, das ist die zweite geöffnete, dann die erste geschlossene, die zweite geschlossene. Das heißt, genau hier endet die Schleife. Und das Console-Write-Line ist natürlich noch voll drin. Das heißt natürlich auch, dass 555 eben nicht mehr ausgegeben wird. So viel eigentlich schon zu Break, mehr müssen wir erst einmal nicht wissen. In Switch-Case-Anweisungen, wie ich vorhin schon sagte, ist das eigentlich gang und gäbe, dass die Switch-Anweisung durch das Break eben komplett beendet wird, wenn eben ein bestimmter Fall eingetreten ist, eben wenn ein bestimmter Case eingetreten ist. Ja, das war es in diesem Video schon. Ein sehr kurzes, knackiges Video zum Stichwort Break. Aber meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant eigentlich. Also, ihr werdet auf dieses Schlüsselwort garantiert noch ganz, ganz oft stoßen. Break, Continue, Return, das sind so die Sachen, wenn ihr mit Schleifen und Methoden arbeitet, da kommt ihr einfach nicht drum rum. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo und so weiter. Ja, und wünsche euch noch viel Spaß beim Rumprobieren, beim Programmieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.